haha voll ausgetrickst voll gewonnen so ich liebe ich lieber ich lieber heute so ein scheiß ha 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 gedärme level und so ich habe heute so einen müll man möge es mir verzeihen rutsch wieder nach hinten da ist ein da ist was zum essen dann halt nicht wuiuiuiuiiii m wau 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 so sieht es aus wenn nicht weg da hinten die wolke grenzt ganz doll süß grenzt die wolke mutter mutter und ganz doll süß grenzt die wolke dahin was war das werden wir wieder entsorgt wir haben schon wieder ein pinguin umgehauen mensch entschuldigung war keine absicht und dann hätten wir das level auch wieder geschaffen ich habe das gefühl die level werden immer kürzer kann das sein score zur nächsten stufe ja nein ich möchte die blume da ich möchte das da oben haben wir richten uns jetzt mittig aus und kriegen ja ja los die nummer fünf und ich mag dich nicht weg weg darüber dring 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 rüttel 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 rüber 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 dankeschön hi no i come jetzt oh shut up moon moon kennt jemand von euch den moon moon meme das ist so süß we died we died at little moon moon we died at little moon moon we died at little moon moon ja geh halt raus gut das war nein nein manchmal ist es doof so jetzt aber hihi was ich sehr schön finde ist dass der grüne loko roko hier in der orangenen welt total den kontrast macht okay dann halt nicht wenn ihr alle nicht mehr zusammen sein wollt dann geht doch ach so entfieh ich schon wieder das wollte ich nicht nein nein ich hab's verstanden ja dich können wir nicht aufwecken sonne jetzt hast du auch so große ansprüche immer gleich 15 haben zu wollen das würden 12 nicht reichen ja verstehst mich schon voll mies ey plump so jetzt kommt wieder das mocha level mut an level mut an level mut 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 roman mal ich will darüber ich will darüber ich will darüber ich schaff's darüber darüber schaff ich's kriegt die blume die behra Ja, weil ich voll cool bin. Sag mal. So. Doge, doge. Lassen wir mal den Wind arbeiten. Ja. Mist. Geld nicht. Jetzt kann ich runter, oder wie? Ja, cool. Da Bombe. Sag mal. So, jetzt aber. Hihi. I got it. Ich schaff das da zurück. Ich hab das beim ersten Mal auch geschafft. So. So. Hihi. Da sind wieder Mini-Noten. Egal. Ich brauche rotes Wasser. Tschüss. Ihr kleinen Blobel. Na los. Beweg dich. Okay. Das ist voll aufregend hier. Hoiii. Äh. Okay. Ich hab alle drei kaputt gemacht. Nein. 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 Ich hasse die Säulen. So. Ist hier unten irgendwas? Natürlich nicht. Dörp. Ich wäre gerne wieder rund. Warte, ich muss mich hier wahrscheinlich reinstellen wieder. Hä? Äh! Mann! So. Und jetzt... Jetzt, aber hier, so, danke. Ich bin wieder rund. Yay. Mond kann ich wieder nicht aufwecken, war ja klar. Die sind ein bisschen groß. Los. Mö, mü, mü. Der erste Motor ist kaputt. Ich habe so das Gefühl, das ist voll einfach gerade. Und kaputt. Ja. Äh, ja ne, das war jetzt nicht meine Intention, aber auch gut. Ich würde gerne hier rüber, danke. Cool. Und da hoch. Und dann so, hier so flumpflump. Und dann wedelt er mit seinem Buschel da oben. Ja. Und wir haben das Motor Level geschafft. Wie oft ich gerade gehen muss, ist nicht cool. Puff, 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 puff. Ich wüsste echt gerne, wie viele Welten wir haben. Ähm. Ja. Ich hatte eigentlich echt nur vor, eine Welt aufzunehmen. Und ich merke gerade auch, ich bin heute nicht so ganz gut in der Verfassung aufzunehmen. weil... Irgendwas ist falsch bei mir gerade. Deswegen beende ich die Aufnahmen hier auch schon. Wow. Da kommen irgendwie drei Parts raus. Super cool. Ähm. Ja. Auf jeden Fall würde ich dann einfach mal sagen, man sieht sich bei der nächsten Aufnahme. Bis dahin und... Bye, bye.